Dänemark und Norwegen standen von 1940 bis 1945 unter deutscher Besatzung. Beide Länder wurden von den Nazis als nordische Bruderländer betrachtet. Die Zielsetzung war es daher, eine enge freundschaftliche Bindung an das Deutsche Reich zu errichten und langfristig Verbündete aus den beiden Ländern zu machen. In der Praxis sah dies am Ende ganz anders aus. Werfen wir einen Blick auf das, was geschehen ist. Wir fangen mit Dänemark an. Wie in Episode 133 gezeigt, kapitulierte Dänemark bereits nach wenigen Stunden Krieg am Vormittag des 9. April 1940. Die dänischen Streitkräfte hatten den Deutschen nichts entgegenzusetzen, weswegen dies eine unvermeidbare Entscheidung war, die sowohl dänische als auch deutsche Verluste vermied. Damit waren die Deutschen grundsätzlich auch den Dänen wohlgesonnen. Die dänische Infrastruktur wie Häfen, Flugplätze, Straßen und Eisenbahnen konnten ab dem 10. April 1940 bereits für die Invasion Norwegens verwendet werden. Unter alliierte Kontrolle gerieten die dänischen Gebiete Grönland und die Verröer-Inseln. Das Deutsche Reich garantierte den Dänen ihre territoriale Integrität und übernahm offiziell den bewaffneten Schutz des Königtums Dänemark. Die dänischen Teilstreitkräfte Heer und Marine blieben erhalten, ebenso das dänische Regierungssystem und das Königshaus. Ministerpräsident Thorwald Stauning blieb im Amt und auch das Parlament konnte weiter arbeiten. Der reichsbevollmächtigte und ehemalige deutsche Botschafter in Dänemark, Cecil von Rente Fink, sollte ursprünglich die inneren Angelegenheiten den Dänen überlassen. Anfangs durfte Dänemark sogar seine Beziehungen zu Drittstaaten aufrechterhalten. Dänemark sollte in einem Wort ein Musterprotektorat werden. Nachdem Frankreich im Sommer 1940 von der Wehrmacht erobert worden war, betrachteten viele Dänen dieses Arrangement mit den Deutschen als unausweichlich. Trotzdem gab es bald Einschränkungen. Die Zeitungen wurden der Zensur unterworfen. Bei Beginn des Russland-Feldzuges im Juni 1941 wurden mehrere hundert dänische Kommunisten verhaftet. Einige davon endeten in deutschen Konzentrationslagern. Druck und Zwang wurden auch in anderen Politikfeldern ausgeübt. Dänemark musste im Sommer 1941 dem Antikominternpakt, der gegen die Sowjetunion gerichtet war, beitreten. Ein Vorgang, der die dänische Bevölkerung sehr verärgerte. Standhaft blieb die dänische Regierung allerdings in der Judenfrage. Jegliche Diskriminierung der jüdischen Bevölkerung wurde abgelehnt. Es meldeten sich allerdings Dänen freiwillig für den Dienst in der Waffen-SS, um gegen die Sowjetunion zu kämpfen. Mehr dazu in Episode 113. Wirtschaftlich verschlechtete sich die Situation Dänemarks deutlich, da der größte Handelspartner bisher Großbritannien gewesen war. Der Handel mit den Briten brach völlig ab. Dänemark musste zwangsläufig nunmehr mit Deutschland und deutschen Verbündeten kooperieren. Vor allem die Schwerindustrie als auch die Landwirtschaft wurden verstärkt auf deutsche Interessen ausgerichtet. Die Deutschen hatten geplant, dass dänische Ausfuhren rund 10% des Nahrungsmittelbedarfs des Deutschen Reiches decken mussten. Verhandlungen über eine deutsch-dänische Zollunion verliefen jedoch ergebnislos. Die Situation verschärfte sich im Herbst 1942 deutlich. Hitler sandte dem dänischen König Christian X. ein längeres, persönlich gehaltenes Glückwunsch-Telegramm zu dessen 72. Geburtstag. Wie üblich verschickte der dänische König ein knappes Antwort-Telegramm mit den Worten »Spreche meinen besten Dank aus, Christian Rex«. Hitler betrachtete die knappe Antwort als Geringschätzung seiner Person. Der dänische Botschafter wurde aus Deutschland ausgewiesen und der deutsche Botschafter aus Dänemark abgezogen. Die Dänen versuchten Hitler mit Hilfe von Kronprinz Frederik IX. zu besänftigen, aber ohne Erfolg. Hitler setzte als neuen Reichsbevollmächtigten SS-Obergruppenführer Werner Best ein. Best hatte den SD und die Gestapo mit aufgebaut, die systematische Verfolgung der Juden im Reich forciert und beim Aufbau der Einsatzgruppen in Polen eine entscheidende Rolle gespielt. Er galt innerhalb der SS als Nummer 3, bis er sich mit Heydrich zerstritt und zur Wehrmacht in die Militärverwaltung wechselte. Vor seinem Wechsel nach Dänemark hatte er für die Besatzungsbehörden in Frankreich gearbeitet. Best schlug einen neuen, deutlich härteren Ton gegenüber Dänemark an. Die dänische Regierung musste einen neuen Regierungschef ernennen, der den Deutschen genehm war. Die dänische Armee wurde Deutschland unterstellt. Der dänische Widerstand, der sich bereits 1940 gebildet hatte, aber anfangs noch recht vorsichtig agierte, wurde angesichts dieses immer härteren Vorgehens der Deutschen deutlich aktiver und wurde von immer größeren Schichten der Bevölkerung unterstützt. Schon seit April 1940 hatte es einen Informationsaustausch zwischen dänischen Widerstandskämpfern und dem britischen Geheimdienst gegeben. Dieser Kontakt wurde im Laufe der Zeit intensiviert und die Briten erhielten vor allem Spionageinformationen von den Dänen. Der bewaffnete Widerstand, bei dem es vor allem zu Anschlägen und Sabotageakten kam, machte den Deutschen ab Herbst 1942 verstärkt zu schaffen. Bei den Parlamentswahlen im März 1943 erhielten die dänischen Nationalsozialisten, die immer noch in der Opposition waren, nur rund zwei Prozent der Stimmen. Drei Jahre Besatzung hatten die Dänen also nicht nationalsozialistischer gemacht. Im Sommer 1943 verloren die Deutschen die Geduld mit den Dänen. Als Folge von Streik, Sabotage und bewaffneten Angriffen gegen die deutschen Besatzer kam es am 28. August 1943 zu einem Ultimatum. Die Deutschen forderten die Ausrufung des Ausnahmezustandes in Dänemark. Es sollte Versammlungsverbote, Ausgangssperren, Militärgerichte und die Todesstrafe geben. Die dänische Regierung weigerte sich jedoch. Die Deutschen lösten daher am 29. August 1943 die dänische Regierung auf, wobei die Verwaltung jedoch intakt blieb und übernahmen die direkte Kontrolle im Land. Das Musterprotektorat existierte nicht mehr. Stattdessen gingen die Deutschen nun wie in anderen besetzten Ländern vor. Standrecht, Ausnahmezustand, Todesstrafen, all das kam jetzt auch nach Dänemark. Die dänische Armee wurde entwaffnet, leistete jedoch Widerstand, um die eigenen Waffen unbrauchbar zu machen. Die dänische Flotte versenkte sich am 29. August 1943 selbst, um nicht in deutsche Hände zu geraten. Vorbereitungen dazu waren bereits 1942 getroffen worden. Einige dänische Schiffe brachen nach Schweden durch, wurden dort interniert und konnten im Mai 1945 ins nun befreite Dänemark zurückkehren. Werner Best verlor keine Zeit bei der Planung einer Aktion gegen die dänischen Juden. In der Nacht vom 1. auf den 2. Oktober 1943 sollten alle dänischen Juden verhaftet und in Konzentrationslager deportiert werden. Der deutsche Diplomat Georg Ferdinand Duckwitz, der sich vom Nationalsozialismus abgewandt hatte, erhielt wenige Tage vor diesem Termin Kenntnis von dieser Aktion und nutzte umgehend seine Kontakte in Schweden, um die Rettung der Juden zu organisieren. Die Juden tauchten unter, wurden versteckt und in den folgenden Wochen mit zivilen Schiffen nach Schweden geschmuggelt. Dänische Fischerboote transportierten 7.742 Juden und 686 nicht-jüdische Familienangehörige nach Schweden. Die dänische Polizei und die Küstenwache schauten bewusst weg. Die Deutschen konnten am Ende nur 472 dänische Juden verhaften und deportieren. Die Rettung tausender Juden war ein großer Erfolg für den dänischen Widerstand. Die Fluchtrouten wurden aufrechterhalten und für den Schmuggel von Material und Personen in beide Richtungen verwendet. Nicht alle Aktionen waren jedoch so erfolgreich. Auch nicht-jüdische Dänen wurden inhaftiert und teilweise in deutsche Konzentrationslager deportiert. Eine der größten Aktionen folgte der Auflösung der rund 10.000 Mann starken dänischen Polizei, welche am 19. September 1944 stattfand, da die Deutschen unzufrieden mit den Maßnahmen der Polizei gegen den Widerstand waren und zudem befürchteten, dass die Polizisten zu einem günstigen Zeitpunkt die Fronten wechseln könnten. 2.235 Polizisten wurden in die KZs Neuengamme und Buchenwald deportiert. Normale Kriminelle nutzten die entstandene Lücke für verstärkten Diebstahl. Die Dänen begannen ebenfalls unter der Rationierung von Gütern zu leiden. Speziell Kohle und Öl wurden knapp und sehr teuer. Zu den größeren Erfolgen des dänischen Widerstands, der ab Herbst 1943 seine Angriffe drastisch steigerte, gehören die Unterbrechung der Zugverbindungen nach der Invasion in der Normandie, welche die Verlegung deutscher Truppen an die Front verzögerte, sowie präzise Spionage für die alliierten Luftstreitkräfte. Auf Basis solch präziser Informationen konnte am 21. März 1945 ein Spezialkommando aus 20 britischen Moskitobommern und 30 amerikanischen Mustang-Jagdflugzeugen die Gestapo-Zentrale in Kopenhagen zerstören. Dabei kamen über 100 Gestapo-Angehörige ums Leben. Unglücklicherweise wurde eine benachbarte Schule ebenfalls getroffen, wobei 123 Zivilisten, darunter viele Kinder, starben. Dänemark bemühte sich um seine deportierten Bürger. So garantierten die Deutschen, dass die Dänen im KZ Theresienstadt bleiben und nicht in die Vernichtungslager abtransportiert würden. Zudem durften die Dänen Paketsendungen aus der Heimat empfangen und wurden im Sommer 1944 von einer Delegation des Internationalen Roten Kreuzes besucht. Im Dezember 1944 wurden 200 deportierte dänische Polizisten aus dem KZ Buchenwald zurück nach Dänemark gebracht. Im April 1945 wurden dänische Häftlinge auf Vermittlungen des schwedischen Diplomaten Bernhard Dotte über die Weiße-Busse-Aktion gerettet und zurück nach Dänemark gebracht. Offiziellen Angaben zufolge starben 116 dänische Juden aufgrund der deutschen Maßnahmen. Als die Rote Armee Ende 1944 deutschen Boden erreichte, begann die deutsche Flucht nach Westen. Zahlreiche deutsche Zivilisten wurden auch in Dänemark untergebracht und mussten von den Dänen versorgt werden. Dies wurde von der dänischen Bevölkerung wie eine weitere Besatzung empfunden. Die Dänen verweigerten, wo es möglich war, die Kooperation. Drohungen der deutschen Behörden verhalten. Am Ende mussten die deutschen Flüchtlinge alleine zurechtkommen, da die deutschen Behörden die Kooperation der Dänen nicht mehr mit Gewalt erzwingen konnten. 250.000 deutsche Flüchtlinge waren am Ende in Dänemark angekommen. Tausende starben an Unterernährung und mangelnder medizinischer Versorgung. Nachdem sich die Lage im besetzten Deutschland stabilisiert hatte, wurden sie zwischen November 1946 und Februar 1949 dorthin zurückgeschickt. Dänemark wurde während des Zweiten Weltkrieges nicht zurückerobert. Eine Invasion Dänemarks war zwar ab und zu angedacht worden, aber nie eine realistische Option gewesen. Die deutschen Truppen in Dänemark kapitulierten im Rahmen der Teilkapitulation an der Westfront am 5. Mai 1945. Dänische Exiltruppen, die sich in Schweden gesammelt hatten, erreichten mit dänischen Schiffen am gleichen Tag dänischen Boden und übernahmen zusammen mit britischen Truppen die Kontrolle im Land. Die deutschen Truppen verließen noch im Mai 1945 das Land. Im Vergleich zu anderen Ländern hatte Dänemark verhältnismäßig geringe Verluste an Menschenleben. Das Land wurde kaum aus der Luft angegriffen und erlitt daher nur geringe Zerstörungen. Die Opferzahlen variieren in den Quellen. Von den Größenordnungen her kann man aber sagen, dass zwischen 300 und 900 Widerstandskämpfer getötet wurden, rund 900 Zivilisten auf unterschiedlichste Weise starben und rund 1800 dänische Seeleute auf See ums Leben kamen. 6000 Dänen wurden in Konzentrationslager deportiert, 600 davon kamen ums Leben. 40.000 Kollaborateure wurden nach dem Krieg festgenommen, 78 davon wurden zum Tode verurteilt, jedoch wurden nur 46 Todesurteile auch tatsächlich vollstreckt. Die meisten Angeklagten erhielten Haftstrafen von vier Jahren oder weniger. 18.000 sogenannte Besatzungskinder, Kinder deutscher Soldaten und dänischer Frauen kamen während der Besatzung auf die Welt. Auf sie und ihre Mütter wartete eine schwierige Zukunft. Werner Best wurde nach dem Krieg in Dänemark vor Gericht gestellt und zum Tode verurteilt. Die Strafe wurde jedoch in fünf Jahre, später zwölf Jahre Haft umgewandelt. Im August 1951 wurde er vorzeitig entlassen und nach Deutschland abgeschoben. Dort wurden mehrfach Prozesse gegen ihn gestartet, konnten jedoch nie durchgeführt werden. Er starb 1989 als freier Mann im Alter von 86 Jahren. In Norwegen entwickelte sich die Situation anders. Die Norweger hatten zwei Monate gegen die Deutschen gekämpft. Am Ende hatten die Regierung und das Königshaus das Land verlassen. Hitler entsandte daher den NSDAP-Gauleiter von Essen, Josef Terboven, nach Norwegen, der dort als Reichskommissar die direkte Kontrolle übernahm. Terboven versuchte, eine Übergangsregierung aus deutsch-freundlichen Politikern zu bilden, scheiterte jedoch. Er ließ daher alle politischen Parteien außer der norwegischen Nazi-Partei verbieten, zensierte die Medien und etablierte ein hartes Besatzungsregime. Wittkun Quisling, der sich direkt zu Beginn der Invasion Norwegens den Deutschen angedient hatte, wurde erst am 1. Februar 1942 zum Chef einer Marionettenregierung ernannt. Die tatsächliche Macht hatte jedoch weiter Terboven. Norwegisches Recht galt nur noch dann, wenn Terboven dies gestattete. Quisling versuchte durch Kooperation sowohl die Gunst der Deutschen als auch die der Norweger zu gewinnen, scheiterte damit jedoch. Sein Name gilt in vielen Sprachen bis heute als Synonym für Kollaborateur. Rund 15.000 Norweger meldeten sich während des Krieges freiwillig für den Militärdienst bei den Nazis. Mehr dazu in Episode 113. Terboven sollte ursprünglich die Norweger als Freunde gewinnen. Dies erwies sich jedoch als aussichtslos. Ab Herbst 1940 begannen die deutsche Polizei und der SD mit Massenverhaftungen. Politiker, vor allem Kommunisten und Gewerkschaftler, Lehrer, Studenten, norwegische Polizisten, ehemalige Offiziere und Juden wurden inhaftiert und in vier großen Lagern zusammengefasst. Dort wurden einige der Gefangenen hingerichtet oder in Konzentrationslager deportiert. Die Deutschen bauten Norwegen militärisch deutlich aus. Hitler befürchtete während des ganzen Krieges eine britische Invasion in Norwegen, welche die Nordflanke des Reiches und die Erzlieferungen aus Schweden bedroht hätte. Der Küstenschutz und die Infrastruktur wurden daher deutlich ausgebaut. Am Ende waren 400.000 Mann in Norwegen stationiert. Damit kam ein Soldat auf acht Norweger. Hinzu kamen noch 6.000 SS-Mitglieder. Eine Stationierung in Norwegen galt vor allem im Vergleich zur Ostfront als großes Glück für die deutschen Soldaten. Außerdem wurden Flugplätze und Hafenanlagen für die Luftwaffe und die Marine erstellt bzw. ausgebaut. Viele der Arbeiten mussten von sowjetischen und polnischen Kriegsgefangenen ausgeführt werden. Über 13.000 Sowjets, 2.600 Jugoslawen und 160 Polen starben an Unterversorgung, Misshandlungen, Erschöpfung und Krankheiten. Terboven versuchte während der Besatzungszeit die norwegische Wirtschaft so umzubauen, dass sie auf deutsche Interessen ausgerichtet war. Mehr als die Hälfte der norwegischen Produktion wurde zugunsten Deutschlands beschlagnahmt. Vor allem die Aluminiumproduktion war für die Luftwaffe vorgesehen. Eine Besonderheit war zudem die Produktion von schwerem Wasser, welche für die Nuklearforschung benötigt wurde. Die Zivilbevölkerung litt stark unter der deutschen Besatzung. Neben der Willkür und Rechtlosigkeit, die durch Terbovens Regime in Norwegen etabliert wurde, kam eine allgemeine Verschlechterung der Wirtschaft und Versorgung, da der norwegische Handel komplett zusammenbrach. Lebensmittel und Brennstoffe wurden rationiert, der Schwarzmarkthandel blühte auf. Die Norweger gingen dazu über, ihr eigenes Vieh zu halten und für den Eigenbedarf Nahrung anzubauen. Auch städtische Parks wurden dafür verwendet. Die Norweger hatten trotzdem nur etwa 70% der Verpflegung eines Deutschen zur Verfügung. Als im September 1941 der Verkauf von Milch komplett eingestellt wurde, kam es in Oslo zum sogenannten Milchstreik. 25.000 Arbeiter schlossen sich dem Streik an. Die Besatzungssoldaten schlugen den Streik gewaltsam nieder. Zwei als Anführer ausgemachte Männer wurden hingerichtet, um ein Exempel zu statuieren. 50.000 Norweger flohen während der Besatzungszeit ins neutrale Schweden, darunter zahlreiche Juden, Politiker und Widerstandskämpfer. Dazu gehörte unter anderem der spätere deutsche Bundeskanzler und Sozialdemokrat Willy Brandt. Eine Kontrolle der Grenze war aufgrund der Größe von rund 1600 Kilometern und dem schwierigen Gelände faktisch unmöglich. Zudem half die örtliche Zivilbevölkerung den Flüchtenden. Weitere 30.000 Norweger flohen in andere Länder. 28.000 norwegische Soldaten führten den Krieg unter dem Kommando der westlichen Alliierten fort. Sie brachten unter anderem 118 Schiffe mit, darunter 13 Kriegsschiffe. In Norwegen lebten damals rund 2100 Juden. Ab Sommer 1941 wurden sie verstärkt verfolgt. Es kam zu Massenverhaftungen, vor allem von jüdischen Männern. Ab Februar 1942 mussten alle Juden eine besondere Kennzeichnung in ihren Ausweisen haben. Im Oktober 1942 wurden alle jüdischen Männer verhaftet und enteignet. Im November 1942 folgte die Verhaftung jüdischer Frauen und Kinder. 764 Juden wurden ermordet, die meisten in Vernichtungslagern. Einige wenige blieben im Land als Arbeitskräfte. Mehr als 1000 Juden konnten nach Schweden fliehen. Häufig wurden sie von norwegischen Polizisten gewarnt, wenn ihnen die Verhaftung drohte. Die Wehrmacht nutzte Norwegen auf vielfältige Art und Weise. Bereits 1940 wurden vereinzelt Luftangriffe von Norwegen auf Großbritannien geflogen. Da die Angriffe aufgrund der hohen Distanz ohne Jagdschutz geflogen werden mussten, gab es jedoch schwere Verluste, was zur Einstellung dieser Angriffe führte. Im weiteren Verlauf des Krieges wurde Norwegen jedoch ein wichtiger Stützpunkt für die Luftwaffe und die Marine, um alliierte Schiffe vor allem auf der Konvoiroute zwischen Großbritannien und Murmansk in der Sowjetunion anzugreifen. Die Schlachtschiffe Scharnhorst und Tirpitz sowie mehrere schwere Kreuzer und weitere Kriegsschiffe waren für diesen Zweck im nördlichen Norwegen stationiert und kamen mehrfach zum Einsatz. Die Scharnhorst wurde Ende 1943 im Nordmeer durch überlegene feindliche Marineeinheiten versenkt. Genaueres dazu in meiner Episode 26. Die Tirpitz wurde nach zahlreichen Angriffen schließlich Ende 1944 versenkt. Von Norwegen aus wurden ab 1941 Angriffe in Richtung des sowjetischen Murmansk durchgeführt. 1944 wurde Norwegen zudem für den Rückzug deutscher Truppen aus Finnland und der nördlichen Sowjetunion genutzt. Um eine Verfolgung durch die Sowjets zu verhindern, wurde im Rahmen von Unternehmen Nordlicht die lokale Bevölkerung restlos deportiert und die örtliche Infrastruktur im äußersten Norden Norwegens vernichtet. Die Norweger selbst bauten ein Widerstandsnetzwerk auf, das am Ende rund 40.000 Mann umfasste. Der Widerstand war gut durchorganisiert, was die Machtübergabe im Mai 1945 deutlich erleichterte. Der Widerstand spionierte die Deutschen aus und leitete Informationen an den britischen Geheimdienst weiter. Außerdem wurden Angriffe und Sabotageakte verübt. Zu den größten Erfolgen gehörte die erfolgreiche Kampagne gegen das deutsche Atomenergieprojekt, bei dem schweres Wasser, welches in Norwegen produziert wurde, vom Widerstand zerstört bzw. unbrauchbar gemacht wurde. Terboven plante im Falle eines alliierten Angriffes die vollständige Zerstörung sämtlicher Industrie und Infrastruktur im Land, den militärischen Wert hatte. Die Wehrmachtsführung um die Generäle Keitel und Jodel hatte dieses Vorgehen begrüßt. Der neue Reichspräsident Karl Dönitz lehnte dieses Vorgehen dagegen ab und setzte Terboven am 7. Mai 1945 von seinem Posten ab. Sein Nachfolger, General Böhme, Befehlshaber der deutschen Streitkräfte in Norwegen, erhielt von Dönitz den Befehl zu kapitulieren, was er dann um 22 Uhr am gleichen Tag per Radiosendung öffentlich tat. Terboven nahm sich am Tag der deutschen Gesamtkapitulation, dem 8. Mai 1945, das Leben. Alle deutschen und norwegischen NS-Parteimitglieder sowie alle SS-Mitglieder wurden entwaffnet und inhaftiert. Kronprinz Olaf traf am 14. Mai in Oslo ein, König Harkon VII. folgte mit dem Rest der Königsfamilie am 7. Juni. Norwegen wurde während des Krieges mehrfach bombardiert und es fanden auch alliierte Kommandooperationen statt. Eine Invasion und anschließende Befreiung erfolgte jedoch nicht. Allerdings betraten norwegische Exiltruppen im Winter 1944-45 mit britisch-sowjetischer Hilfe den äußersten Norden Norwegens und nahmen so eine Position zwischen den Deutschen und den Sowjets ein. Es kamen zu keinen größeren Kampfhandlungen. Stattdessen folgten die Norweger den sich zurückziehenden Deutschen langsam. Die deutschen Soldaten kapitulierten vor allem von norwegischen Widerstandskämpfern und norwegischen Polizeitruppen, die während des Krieges in Schweden ausgebildet worden waren. Es dauerte mehrere Wochen, bis alle Deutschen in Norwegen entwaffnet wurden. Die letzte deutsche Einheit, die sich auf dem norwegischen Insel Spitzbergen befand, wurde erst im September 1945 von einem norwegischen Schiff abgeholt und war damit die letzte deutsche Einheit des Zweiten Weltkrieges, die kapitulierte. Zum Zeitpunkt der Kapitulation befanden sich 141.000 Nicht-Norweger in Norwegen, hauptsächlich Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene. 84.000 davon waren Russen. Diese mussten versorgt und in ihre Heimat zurückgeführt werden. Während des Krieges kamen 12.000 Kinder deutscher Väter und norwegischer Mütter auf die Welt. Diese Besatzungskinder hatten eine sehr schwere Zeit vor sich. Bittere Ironie sorgte dafür, dass diese Tyskerbaner genannten Kinder unter einem Rassismus zu leiden hatten, der dem der Nazis in nichts nachstand. So kam eine Ärztekommission 1945 zu dem Schluss, dass aufgrund von minderwertigen Genen diese Menschen eine permanente Gefahr für die norwegische Gesellschaft darstellen würden. Ein Arzt attestierte ihnen sogar kollektive Schwachsinnigkeit und abweichlerisches Verhalten, da die Frauen, die mit den Deutschen fraternisiert hatten, schwachbegabte und asoziale Psychopathen gewesen wären. Den Kindern wurde attestiert, diese Eigenschaften geerbt zu haben. Sie hatten daher von frühestem Alter an mit Misshandlungen, Missbrauch, Einweisungen in psychiatrische Anstalten, Zwangsadoption und anderen Grausamkeiten, wie zum Beispiel Lobotomieversuchen und Versuchen mit Drogen zu rechnen. 1945 wurde sogar erwogen, sie alle nach Australien zu deportieren. Im Rahmen des Wiedergutmachungsvertrages zwischen Westdeutschland und Norwegen wurden 1959 50 Millionen D-Mark für diese Kinder an Norwegen gezahlt. Dieses Geld kam jedoch nie bei den Kriegskindern an. Den Müttern ging es nur unwesentlich besser. Sie wurden Tyskertöser genannt, also Schlampen der Deutschen. Wie auch in Frankreich wurden ihnen die Haare abgeschnitten und sie wurden von der Gesellschaft verstoßen. Viele von ihnen kamen in Internierungslager, manche wurden sogar nach Deutschland deportiert. Ein Umdenken zu diesem Thema fand erst ab den 1980er Jahren in Norwegen statt. 10.262 Norweger starben während des Krieges oder der folgenden Besatzung. 50.000 Norweger wurden von den Deutschen verhaftet, 9.000 davon wurden in Lager außerhalb Norwegens deportiert, auch in Konzentrationslager. Bei Kriegsende wurden 28.750 Deutsche und Norweger aufgrund der Besatzung verhaftet. 25 Norweger wurden aufgrund von Landesverrat, 12 Deutsche wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit hingerichtet. 77 Norweger und 18 Deutsche erhielten lebenslängliche Haft, weitere 20.000 Norweger und einige Deutsche erhielten begrenzte Haftstrafen. Deutsche Kriegsgefangene mussten nach dem Krieg Minenfelder räumen. Dabei starben 275 von ihnen, 392 wurden verletzt. Um eine Verletzung der Genfer Konventionen zu umgehen, wurden die Deutschen nicht als Kriegsgefangene, sondern als entwaffnete feindliche Truppen bezeichnet. Am Ende des Krieges war die Wirtschaftskraft Norwegens um mehr als die Hälfte geschrumpft. Speziell der Norden war völlig verwüstet worden. Die Kriegserfahrung schweißte die Gesellschaft zusammen und sorgte für eine Abschaffung der Neutralitätspolitik. Stattdessen schloss sich Norwegen 1949 als Gründungsmitglied der NATO an und unterhält bis heute verhältnismäßig starke Streitkräfte. Vielen Dank fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017